Herzlich willkommen zurück. Wir haben mittlerweile schon relativ viel über den Zusammenhang zwischen der ersten Ableitung einer differenzierbaren Funktion und dem Monotonieverhalten gesprochen. Und wir wissen auch schon, was die erste Ableitung bei Extremstellen einer differenzierbaren Funktion so treibt. Also, du solltest bereits wissen, dass wenn f eine differenzierbare Funktion ist und x0 eine Extremstelle und keine Randstelle, dann folgt daraus, dass f' von x0 gleich 0 sein muss. Außerdem solltest du bereits wissen, dass wenn für alle Stellen x aus dem Intervall i gilt, dass f' von x größer 0 ist, dann folgt daraus, dass f streng monoton steigend ist in diesem Intervall. Und umgekehrt, wenn für alle Stellen x aus dem Intervall i gilt, dass f' von x kleiner 0 ist, dann folgt daraus, dass f streng monoton fallend ist in diesem Intervall. Das Ziel für dieses Video ist nun, dass wir nur mit Hilfe der ersten Ableitung einen Weg finden, um auf Extremstellen schließen zu können. Und das werden wir mit Hilfe des Vorzeichens der ersten Ableitung machen. Also, wir wollen vom Vorzeichenwechsel von f' auf eine Extremstelle schließen. Schauen wir uns das einfach gleich an. Der erste Schritt auf der Suche nach Extremstellen ist eigentlich immer der, dass wir zunächst einmal schauen, wo haben wir horizontale Tangenten, an welchen Stellen ist die erste Ableitung gleich 0. Sagen wir jetzt x0 ist zu einer Stelle und nun, wenn f' an der Stelle x0 das Vorzeichen von Plus auf Minus wechselt, dann bedeutet das, dass f dort das Monotonieverhalten von streng monoton steigend auf streng monoton fallend ändert. Und wenn f davor streng monoton steigend ist und danach streng monoton fallend, dann kann doch bei x0 nur ein lokales Maximum vorliegen. Schauen wir uns dazu gleich noch ein Beispiel an. Und zwar sei f von R nach R eine Funktion, die gegeben ist mit f von x ist gleich Minus x hoch 4. Hier zeige, dass f an der Stelle x gleich 0 ein lokales Maximum besitzt. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere kurz das Video und dann sprechen wir noch darüber. Also gut, wenn wir wissen, f von x ist Minus x hoch 4, dann können wir ableiten und erhalten, f' von x ist gleich Minus 4 mal x hoch 3. Wir erkennen sehr schnell, dass die erste Ableitung genau dann 0 ist, wenn x gleich 0 ist. Und jetzt müssen wir uns noch anschauen, was passiert davor und danach. Dabei ist es hilfreich, mit Tabellen zu arbeiten. So eine Tabelle könnte so aussehen. Also wir interessieren uns jetzt für das Vorzeichen der ersten Ableitung. Zunächst einmal für x kleiner 0. Für x gleich 0 wissen wir ja eigentlich schon, was los ist. Und dann eben noch für x größer 0. Weil wir wollen wissen, ob sich das Vorzeichen tatsächlich ändert, beziehungsweise ob das Vorzeichen hier gewechselt wird. An der Stelle x gleich 0. Na gut, wenn x kleiner 0 ist, dann ist auch x hoch 3 kleiner 0, also negativ. Und dann haben wir Minus mal Minus ist Plus. Also das Vorzeichen der ersten Ableitung ist für x kleiner 0 positiv, beziehungsweise Plus. Für x gleich 0 ist f' von x gleich 0, also können wir hier 0 eintragen. Und für x größer 0 ist es so, dass x hoch 3 auch positiv ist. Wir haben da vorne noch dieses Minus. Das bedeutet, das Vorzeichen der ersten Ableitung ist für x größer 0 negativ. Also offensichtlich wechselt das Vorzeichen an der Stelle x gleich 0 von Plus auf Minus. Das bedeutet, wir haben an der Stelle 0 ein Maximum. Das erkennen wir auch, wenn wir das Ganze grafisch darstellen. Der Graph dieser Funktion sieht in etwa so aus. Und wir sehen sehr schön, davor streng monoton steigend, danach streng monoton fallend. Und an der Stelle x gleich 0 haben wir eigentlich sogar ein globales Maximum. Also gut, das war jetzt ein Weg, wie wir lokale Maxima finden können. Jetzt brauchen wir noch einen Weg, wie wir lokale Minima finden können. Schauen wir uns eine ähnliche Situation an. Auch hier gilt natürlich wieder, dass wir zunächst einmal schauen, wo haben wir horizontale Tangenten, wo ist die erste Ableitung gleich 0. x0 ist jetzt wieder so eine Stelle. Und nun, wenn f' an der Stelle x0 das Vorzeichen von Minus auf Plus wechselt, dann bedeutet das, dass f dort an dieser Stelle das Monotonieverhalten von streng monoton fallend auf streng monoton steigend ändert. Und wenn f davor streng monoton fallend ist und danach streng monoton steigend, dann kann doch bei x0 nichts anderes sein als ein lokales Minimum. Schauen wir uns auch dafür gleich noch ein Beispiel an. Und zwar sei f von r nach r wieder eine Funktion, diesmal gegeben mit f von x ist x minus 2 in Klammer zum Quadrat. Und nun zeige, dass f an der Stelle x gleich 2 ein lokales Minimum besitzt. Nimm dir dafür auch noch einmal kurz Zeit, pausiere kurz das Video und dann sprechen wir noch über das Ergebnis. Also gut, hier haben wir jetzt eben die Vorschrift f von x ist x minus 2 in Klammer zum Quadrat. Dann ergibt sich für die erste Ableitung die Vorschrift f' von x ist 2 mal x minus 2 in Klammer. Wir sehen, das ist genau dann 0, wenn x gleich 2 ist. Das bedeutet, unsere Chance auf den Vorzeichenwechsel haben wir genau an der Stelle x gleich 2. Wir können nun wieder mit einer Tabelle arbeiten. Die Tabelle würde nun so aussehen, weil jetzt interessieren wir uns ja, was passiert für x kleiner 2. Für x gleich 2 wissen wir es schon. Und dann wollen wir noch herausfinden, was passiert für x größer 2. Und dann werden wir erkennen, ändert sich das Vorzeichen der ersten Ableitung oder nicht. Na gut, für x kleiner 2 erkennen wir, dass dieser Ausdruck hier negativ wird. Und dann haben wir 2 mal etwas Negatives ist negativ. Also hat die erste Ableitung für x kleiner 2 ein Minusvorzeichen bzw. ein negatives Vorzeichen. Für x gleich 2 wissen wir wieder f' von x ist 0. Und für x größer 2 ist dieser Ausdruck hier dann positiv. Also haben wir ein positives Vorzeichen. Also tatsächlich ändert sich das Vorzeichen der ersten Ableitung von Minus auf Plus. Das bedeutet, offensichtlich haben wir an der Stelle x gleich 2 ein lokales Minimum. Auch das können wir uns noch kurz grafisch anschauen. Der Graph dieser Funktion sieht in etwa so aus. Und auch hier erkennen wir wieder schön, dass f davor streng monoton fallend ist und danach streng monoton steigend. Und hier an der Stelle 2 haben wir unser hier sogar auch globales Minimum. Mit diesen Kriterien kommt man schon sehr weit und man kann sehr gut Extremstellen identifizieren. Im nächsten Video gibt es dazu noch ein bisschen ein längeres Beispiel. Ich bin jetzt ein wenigécole, das Mönche. Ich bin jetzt einige Jahre것.